Hallo, herzlich willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Das hier ist meine neue Bandsäge. Ich habe sie mir gekauft, um hauptsächlich auch mal was freihand schneiden zu können. Ich habe auch gleich was damit gemacht, wie ihr seht hier. Eine neue Akustik, weil mein Alter, der war schon ziemlich angepressen, da habe ich es schon ein paar Mal reingeschnitten damit. Das geht mit so einem Teil super schnell. Und wie ich sie ausgepackt habe und zusammengebaut habe und wie ich das Ding hier gebaut habe, das könnt ihr euch jetzt ansehen, wenn ihr Lust habt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen zweiten Advent, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss, oja, oka. So, hier könnt ihr sehen, was alles dabei war. Das ist übrigens der Staubsaugeranschluss, da werde ich mir wohl was einfallen lassen. Der ist schon ein bisschen größer, wie normal. Hier wird der Tisch befestigt, wenn er zusammengeschraubt ist. Und hier sind noch ein paar Stellschrauben. Aber da kommen wir später dazu. Jetzt die untere Bandführung. Jetzt die obere Bandführung. Ich würde sagen, ich schraube das Ding mal zusammen und dann schauen wir mal Schreibungen. Also da war jede Menge Papierkraben dabei. Auch im Original. Und... Noch mehr Papier. Und noch mehr Papier. Und eine CD. Die werde ich mir dann mal reinziehen. Das hier ist der Parallelanschlag. Der ist richtig toll verarbeitet. Schön stabil. Richtig fein gemacht aus Alu. Überhaupt macht mir die Maschine einen sehr hochwertigen Eindruck. So, wenn man hier die Schraube öffnet, kann man diese Führung hier noch verstellen. In der Höhe. Ich habe jetzt an der Maschine nichts verändert. Das ist eigentlich nur die Grundeinstellung. Und ich möchte das trotzdem mal ausprobieren. Für meinen allerersten Schnitt nehme ich hier ein Stück 6x4er Cantos. Okay, das ist ein ziemlich weiches Holz. Aber das ging jetzt durch wie Butter. Schön eingestaubt gleich alles. Für den Stahlsaugeranschluss muss ich mir noch was einfallen lassen. Da werde ich vielleicht morgen mal zum Hanbach gehen. Dann werde ich mir passende Kunststoffrohre dafür holen, um die zu verjüngen. So, wie ihr seht, komme ich mit der Einstellung jetzt hier nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich das Blatt noch mehr spannen. Als erstes baue ich mir ein Adapterstück, damit ich meinen Stauzauger wieder anschließen kann. 56 mm 6 mm 20 mm 20 mm 21 mm 21 mm 21 mm Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020